Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon seht, habe ich Discord und ihr könnt mir gerne beitreten. Und ja, äh, ups, äh, das ist mein Server. Also ihr seht, äh, ups, das ist hier mein Server. Und, äh, hier können wir reden, also sogar, also wir können schreiben. Also, ja, hier sind schon ein paar reingejoint. Einmal Mariam, aka Gasha Darkness, genau. Sie kenne ich in echt. Und dann ihr Bruder ist auch noch reingejoint. Und ja, wenn ihr reinjoinen wollt, folgt einfach diesen Link. Also, bei mir. Äh, äh, Mitglieder einladen, genau. Dann einfach diesen Code, also ich gebe diesen Code ein. Ähm, ja. Genau. Ach so. Äh, 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 und den, diesen Link, wenn ihr darauf drückt, äh, seid ihr schon, äh, im Server drin, genau. Und, ja, also einfach diesen Link hier, den füge ich in die Beschreibung ein. Und, äh, ja, wer möchte, kann mir joinen. Ähm, der mit mir reden will oder die Fans sind und, ja, wir können dann auch anrufen. Also, ihr könnt dann, also ihr könnt dann mit mir reden. Also, privat oder so. Könnt mich auch anschreiben. Und, ja. Also, eigentlich ganz geil, diese App, installiert es euch und dann jointen wir den Server. Also, nicht andersrum. Also, erstmal Discord, also die App heißt Discord, also D-I-S-C. Äh, Discord, also O-R-D, genau. Ja, also, sorry. Ähm, ja. Ihr könnt mir dann einfach dörren und, ja. Wenn ihr über was reden wollt, ja, dann könnt ihr es machen. Und, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.